Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge äh Return Monkey Oil Jetzt schnell nehmen Kann ja nix nehmen, nur da an den Zutaten riechen Abwasch zu helfen Hm Eklige Unsinn Äh, Utensilien It's hard to tell if those are for cooking or combat It's cute that you think there's a difference Oh, ich weiß nicht was ich machen Die Rose Die ist vom Glauben abgefallen Ich bin grad sprachlos Weiß nicht weiter Soll ich doch ins schlaue Buch schauen Oder wie Wo ich eigentlich gar nicht gerne reinschaue Überzeuge die Kann ich die Karte stehlen Die Du musst da den Weg finden um Chuck abzulenken Jaja Aber ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht geschwönerd werden Ich will selbst rausgehen Chuck abzulenken Ins Schiff Gibt hier aber nicht mehr viel Okay Let's take this alone Okay Okay Thomas Kannst du kommen und wenn sie dich nicht machen Nein, nein, nein Schreie nicht rum Der geht schon, du musst ihn nur einschalten Wir haben ihn nicht geschafft Meine Güte Es ist so schwer im Fernsehen zu bedienen Das ist echt ein Witz Kurze Pause, wenn er wieder da So, wieder zurück Fernsehen geht, weiß nicht was die für ein Problem haben Eine Schreierei, Mann So, was soll man jetzt machen? Muss ihn ablecken So, was soll man jetzt? Shouldn't ye be swabbing? That's my private area, Swabby What do you want, Swabby? Are you sure I can't take a peek at the map to the secret? Touching that map is a shortcut to being keelhole I'll just go swap something Now get out of here so I can think Ah Ah Paperwork? Okay, hand it over I feel like the supply of paperwork is endless Oh, Stamped Now please, give me some peace and quiet Keep your eyes off that map, Swabby Hm Hm Was kann ich Ihnen abreden? Oh, man Oh, ja oh, ja oh oh, ja oh 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 Kekse! Keks! Alter, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Die andere spricht nicht mit mir, die ich überzeugen soll. Die andere lässt sich nur überzeugen, wenn die sich überzeugen lässt. Ich muss dem schlauen Buch nachschauen. Ich mag das immer nicht sehen. Du musst jeden Mitglied, ja genau. Von Rose. Rose hat ihr Vertrauen in Chuck verloren, du musst dir wieder Hoffnung machen. Okay. Aber wie? Ein Hinweis noch, zack. Vielleicht hast du bereits etwas, was die Mannschaft inspirieren soll. Habe ich bereits etwas? Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Ja. Ja. Tray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Uh, back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. Nah, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere. Even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're going to vote to go to Monkey Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone's support now. Time to... Can we vote on going to Monkey Island again? You want another vote? Go ring the bell yourself. Please ring the bell. Please ring the bell. You want an old new vote? Then ring the bell. One bell? Voting hour! Ring the bell. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 Six in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes. So then you went to Monkey Island? Not right away. I still needed to get my hands on the Chuck's map to the secret. Ready for cannon firing. Okay, Marie. I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? These things are dangerous. Ready for cannon firing. Nimm das. I better get my hands on the Chuck's map first. Oh so, yeah, okay. Okay, jetzt. Chuck! Komm mal, hier drehen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. I don't have time for that right now. It's all stuff, which Chuck has to approve anyway. Huh? Awkward. Muss ich ihm das öfters abstempeln lassen, sodass er sagt, dass er kein Bock mehr hat? What? Ich stempel noch mal. Nein, das gebe ich nicht. Hier, Paperwork. Warum kann ich jetzt nichts machen? Oh, ich glaube, ich weiß es nicht. Wir nehmen das mal. Das ist... Kann man den ablenken, indem man hier oben hingeht? Nein, nicht runter. Kann man ihm was geben? Hier. Wie hat denn Vrales aus? Kegs! Kein Kegs! Hier kriegst Messer zurück. Gold? Ich mache jetzt meine Maske runter und stelle mich oben an sein Fenster, oder? Ich lasse es an, während ich auf dem Schiff bin. Okay. Glücklich ist es ein viel einfacher Weg, um zu kommen. Wie soll es da rauf kommen? Glücklich ist es ein viel einfacher Weg, um zu kommen. Wie kann ich denn ablenken, ey? So eine Karte oben hinkleben? Äh... Paperwork? Nein. Es ist der Schiff's Hole. Ohm, sweet ohm. Oh, sweet ohm. Das ist der Schiff. Wie kann ich denn die Rundklauen oder ein Ei? Ich stehe meine Distanz. Mothers sind eher fischend, in der der Jugend zu retten. Das ist dein Schiff. Ich habe schon ein Schiff's. Ich habe schon ein Schiff. Ich frage mich, was es aus der Schiff ist. Ich frage mich, was es aus der Schiff ist. Ich frage mich, warum es aus der Schiff ist. Ich frage mich nur ein Keks. Keks. Ich glaube, das funktioniert nur auf Parrots. Okay. Wie kann ich die Deppen ablenken? Uh, Flare? Yes? Well, how come you stabbed Gullet? He asked too many questions. How many questions did he ask? One. Uh, Flare? What? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. Ah, Flare. Uh, Flare? What? Okay. I'll leave you alone now. Yes, you will. So, Chef. I'll let you get back to cooking. Yeah. Oh, warte mal. Mit der Rose habe ich noch gar nicht gespuckt. Rose. So, everything's more or less ready to go? As soon as Madison's ship gets underway. We'll follow it. I myself wasn't quite ready yet, because I still needed to steal LeChuck's Map. Oh, yeah! LeChuck's Map. How's the book, Bob? How's the book, Bob? Oh, it's very funny. I don't think I've ever heard it. Look at him. What's that? Um, let me ask him again and then we'll answer him. Is this how it looks when you're ready to make sail? Pretty much. Which, fair enough. Heh. I just asked him, I don't know. How do I look for the update? Uh... Oh, there's a mouse. I haven't even seen. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. I guess it's a little bit of water. No. Cracker? No. Can we do it with the ratte? No. Paperanlagen? No. No. I don't know. I don't know. I don't know. There's nothing to do with the update. Uh, now the clock. Maybe we'll have the clock two times. What? That time again already? Well, let's get to it. Come to order, you murdering traitorous dogs. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah 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 blah. 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 Blah blah It's not much of a map. There's just some writing on it, but... clearly it's important. What? It's not much of a map, there's just some writing on it, but... clearly it's important. Ja, leider, nimm die doch. Wärme spüren. Wieso nimmt er sie denn jetzt nicht? Tausch mit ihr Kappier aus. This isn't remotely like a map. He'd notice it right away. Ich muss sie austauschen. Ach, komm. Ah, hier. A map's a map. I don't think he'll spot the difference. Now I just need to get Madison a skull and we'll be good to go. In conclusion, shape up or the eels will be gnawing on your carcass. Alright, same time tomorrow then. Dismissed. Dismissed. So, dann schießt noch mal die Kanone ab. Kaboom. Oh, jetzt schon mit grün. Sie ist unterwegs. Tage vergehen, Stunden vergehen. Monkey willy. Extra grog rations for everyone. Y'all grog. Grog. Y'all grog. Grogi grogi grogi. De de de. Reapwood? Oh. Oops. I did not see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Du bewegst dich wie ein verwundertes Flusspferd. Ich werde dich aufspießen wie ein Schwein am Spiegel. Du bist so rostig wie das Buttermesser, das du Schwert nennst. Beeil mir uns. Ich habe einen Termin bei dir. Let's make this quick. I've got an appointment with a secret. I'll cover that meeting. Your innards. I have a fire engagement with the tip of my sword. Okay. Deacson, come back. Why don't you try again? You're all flavor and no saber. Well, your flavor is, uh, flavorless. Blast! Oh! Whoa! Hey, cheating! I won that round. Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one! Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for, waving it like a feather duster or like a mop? Uh. Du hast wohl geübt, in welcher Konter würdest du verwenden? Du schwingst wie ein Staubwedel oder ein Mop. Uh. Wie ein Dirigentenstab. Wie ein Schwierhausenabschied. Wie ein Schwierhausenabschied. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought, too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Hi, Freepwood! Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time, I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes. No problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. 2 minutes later. 2 minutes later. 2 minutes later. Ah, I thought it was going to happen now. Haha, at last! Hello, Monkey Island! It's me, Guybrush. Did you miss me? Your secret will be mine. 10 minutes. Topps! I just need to take a look at the map I stole from LeChuck. Okay. Beginne deine Suche am Roten Bärenstrauch. Folge der steinerne... Was? Folge der steinernen Affenhans. Bleib auf dem Weg bei dem Holzhuhn. Schleich dich an den Bienen vorbei. Beachte das Schild. Das X markiert die Stelle. Beginne bei dem Roten Bärenstrauch. Wo ist er? Oh, it's a heart with L&E, someone romantically carved into the tree. Oh, Mary! Mary! Mary? Is that you? Sorry about the cannon. Oh, it's just a creepy skull. I'll keep this for my Shakespeare summer stock. Okay, how much have we found the skull? Ah, is this a Shetzeit? We can see anything further. Well, I'm no phrenologist, but it seems okay. It's a skull I found. Wo ist denn der Rote Bärenstrauch? Hier geht's ja nirgends so weit. Wieder ins Wasser. Nimm, 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 nimm. Gute. Jetzt ging's hier. Im Hintergrund. Ah. Okay. Da ist der Rote Bärenstrauch. Okay, wie war das? Beginne die Suche der Roten Bärenstrauch. Folge der steinernen Affenhand. Bleibe auf dem Weg bei dem Holzhuhn. Folge der Affenhand. I don't eat Trailberries. Not after what happened last time. And the time before that. So, zurück. Da ist die Affenhand. It's a big stone monkey part. I shudder to think about what part I might find next. Und dann soll ich mich irgendwo eine schicke alte Sonne, wo sind denn die Bienen jetzt? Warte mal. Geht ja nur hier lang, gell. Man kann eigentlich nur in eine Richtung. Da ist das Huhn. Eingeschnitztes Huhn. Well, I would have carved a pulley in the middle, but that's just me. Okay. So, da sind die Bienen. An denen vorbeischleichen. Secret this way. That's pretty straightforward, but I appreciate. Das ist sehr einfach. I do like honey, but I don't want to escalate the situation. Okay. Da ist ja gleich eine Schaufel auch noch. What an amazing stroke of luck. A free shovel to dig up the secret with. Da ist das X. What an amazing stroke of luck. A free shovel to dig up the secret with. Ui. Okay. Gut, dass ich im Messer hab. Wer ist denn das? Das ist nicht LeChuck. Du musst wohl der Schlauere sein. Du musst wohl der Schlauere sein. Das Clown won't know LeChuck's secrets. But I guess we could torture him anyway. Wait. What was that you said about LeChuck's secrets? Do you know LeChuck's theme song, his catchphrase, or his favorite food? Nicht direkt. Wie wäre es mit dem Lieblingsessen? Wie wäre es mit dem ersten beiden Noten seine? Titelmelodie. Warum in aller Welt wollt ihr euch das interessieren? Warum auf der Erde würdet ihr euch das interessieren? Oh, das geht nicht. Wir würden nicht sogar in diesem Bind, wenn du ihn auf Melee lasst. Nicht zuhören, Leila. Erinnere dich, es war mir, die die Real-Map verabschiedet hat, auf dem Weg nach Lechuk in den ersten Platz. Das ist ein schlankes Stück. Es ist... in Krypt. Ich kann es mit einem Dark Magic Spell zeigen. Aber ich muss Lechuk's persönliche Informationen haben, um die Sicherheit zu verabschieden. Als Teil des Spell, wir müssen seine Musik spielen, sagen seine Fähigkeit, und essen seine Lieblingsfühle. Du kannst ihn einfach fragen. Lechuk ist zu starker, um direkt zu beurteilen. Diese Trappe sollte ihn aufhören, damit wir die Informationen aus ihm rausnehmen können. Und jetzt sind wir aus Rootbeer. Ich habe eine Menge geschluckt. Vielleicht warten wir einfach eine halbe Stunde. Wir können ein Schiff nach Informationen durchsuchen, während er weg ist. Wir könnten seine Mannschaft nach all diesen Dingen fragen. Wir können seine Mannschaft nach all diesen Dingen fragen. Wir haben das gedacht. Aber sie sind auf dem Schiff, und es ist erinnert, dass es unbordbar sein wird. Nur Lechuk und seine Mannschaft können es aufhören. Das ist ein Schiff. Das ist die Alternative. Das ist die Alternative. Oh, okay, ich hab's to kill you. I accept. No way! You teamed up with Captain Madison? Well, they were planning to double-cross me, of course. My only option was to do it first. Double-cross them before they could double-cross me. Triple-cross. Dad. I'd get them what they needed to work the spell on the map, and then I'd find a way to steal it. Cool! Schlitz. Remember, it's his theme music, catchphrase, and favorite food. We're pumped at the big monkey head if you need anything. Actually, there is one thing. Alle weg. So. Äh. So, dann wieder in den Dschungel. Sonst gibt's ja hier nix, oder? Halt. Halbe Stunde ist rum. Danke fürs Zusehen. Hoffe euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.